Liebe Freunde des Kanu-Sport und die, die es noch werden können. Im Namen der Kanu-Welt-Buchs herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Woche aktuell. Heute einmal von unterwegs, dazu später. Zuerst natürlich zum obligaten Wetter-Ausblick dieser Woche. Es wird immer besser und wärmer, also super Wetter zum Kanu fahren. Ich denke vor allem gegen Sonntag könnte es bei uns einen rechten Ansturm geben, weil ein Kanu-Mieter sicher empfiehlt sich vorhin zu reservieren. Aber jetzt eben, ich bin hier unterwegs, hier am Klöntaler See. Das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns nicht nur das Buchskanu anbieten, sondern auch an andernorts. Wir konnten hier auf dem wunderschönen Klöntaler See auch schon Firmen-Events machen. Und wir sind auch regelmässig in Luzern unterwegs. Gerade diesen Donnerstag, Sunset Paddeln. Eine wunderbare Gelegenheit, mal die Stadt beim Sonnenuntergang im Kanu zu sehen. Wenn ihr sonst irgendwo mal gerne mit uns paddeln möchtet, meldet euch. Wir würden das gerne mit euch machen. Und die, die dann mal wieder bei uns paddeln wollen. Wir haben am nächsten Samstag mit einer Frühstückstour Sonnenaufgang zu paddeln. Mit feinem Brunch nachher auf der Sonneterrasse. Und die, die lieber grillieren wollen, auch am Samstag haben wir eine Brötli-Tour. Also, ihr seht, es läuft wieder viel. Es lohnt sich vorbei zu kommen. Ich sage Tschau zusammen. Wünsche euch eine gute Woche. Hört's gut miteinander. Servus!